Hatzruhn, Frau Warmalaik, heißt diese zuckersüße fünfjährige Stute und sie ist ein Verkaufspferd vom Bockholzhof. Mit ihrer schicken Dunkelfuchsfarbe ist sie schon ein Hingucker und die lange Mähne tut ihr Übriges dazu. Mit einem Stockmaß von rund 1,42 m ist sie ein großes und stabiles Pferd. Wunderschön und viergängig veranlagt. Hatzruhn ist erst im Winter angeritten worden, also noch nicht so lange unter dem Sattel. Wir haben im Februar in Island begonnen sie anzureiten und sie macht das ganz ganz toll. Hatzruhn ist eine Tochter des Kohlfaxi, Frau Warmalaik, auch ein Hengst, der bei uns schon in Deutschland steht, aus der schönen Zucht von Warmalaik. Hatzruhn ist super brav und unkompliziert. Sie war hier jetzt auf dem Video das allererste Mal überhaupt wurde sie in Deutschland geritten, also ist erst eine Woche hier, jetzt die zweite, aber das Video haben wir dann in der vergangenen Woche gemacht und da macht sie alle diese Dinge zum ersten Mal. Wir haben einfach alles mal ausgetestet und sie ist mega brav und unkompliziert, hat ganz ganz viel natürlichen Tölt, ist sehr weich zu sitzen und einfach nur wunderschön. Ein richtig tolles Reitpferd zum Weiterausbilden und für jemanden, ich würde jetzt aktuell noch nicht sagen, für ganz ungeübte Reiter, da sie eben noch nicht so lange geritten ist, aber wenn man schon ein bisschen Reiterfahrung hat, ist dieses Pferd superartig, super unkompliziert, ganz ganz einfach und sehr sehr unerschrocken. Ein wirklich tolles Pferd und wunderschön noch dazu. Hatrun von Warmeleik, eine Traumstute für jeden, der Lust hat, ein bisschen noch selber sein Pferd auszubilden. Uns hat sie von Anfang an ganz wunderbar gefallen, schon damals im Winter auf der Weide, als ich sie kennengelernt habe und wenn sie euch genauso gut gefällt wie uns, dann meldet euch die Daten dazu, findet ihr oben im Video und bis dahin noch ganz ganz viel Spaß mit Hatrun von Warmeleik. Wunderschöne Das war's für heute. Das war's für heute.